Es dampft, es rattert und es pimmelt und tutet. Hier in Münsingen auf der Schwäbischen Alb schlagen die Herzen der großen und kleinen Eisenbahnfreunde höher. Denn dies ist ein ganz besonderes Fest. Eine kleine Eisenbahnstrecke feiert Geburtstag. Musik Jetzt gilt es, ja. Die typische Hekte kurz vor der Abfahrt. In Reutlingen wird Paula mit historischen Wagen verkoppelt. Sie soll nach Münsingen, hin zu den Schienen, für die sie einst gebaut wurde. Das Streckennetz der Schwäbischen Alpbahn, kurz SAB. Wir haben die Nacht über auch kaum schlafen können, teilweise auch einfach vor Aufregung. Natürlich waren da noch die letzten Vorbereitungen. Aber jetzt diese Aufregung, einfach auch diese Lok auf die Alb zu bekommen und die Wagen dazu, die passenden. Das ist einfach für einen Eisenbahner ein Gefühl wie Weihnachten, mehrere Jahre hintereinander, wie die ganze Zeit Nachtisch. Paula wird liebevoll die Zahnraddampflok genannt, weil einst eine Wirtin im Reutlinger Bahnbetriebswerk so geheißen haben soll. Die Lok soll auf die Schwäbische Alb. Die 34 Kilometer kurze Verbindung von Reutlingen nach Münsingen gibt es jedoch nicht mehr. Paula muss fast fünfmal so weit fahren. 167 Kilometer. Von Reutlingen über Blochingen, die Geislinger Steige hoch nach Ulm und Scheltlingen bis Münsingen. Musik Paula soll natürlich dabei sein, wenn die Schwäbische Albbahn in Münsingen ihr 125-jähriges Bestehen feiert. Wo ist mein Stempel? Jetzt kann ich dir mal ein bisschen, wenn die Birgit den Barhof Stempel fehlt. Ellers auf Halt! Voll in seinem Element. Ah, jetzt ist er aber eh. Ohne SAB-Chef Bernd Matthias Weckler und seine Eisenbahnfreunde würde es den schienengebundenen Transport quer über die Münsinger Alb nicht mehr geben. Transport, das ist ein ganz technokratischer Begriff. Wir bringen die Menschen zueinander. Wir verbinden. Schauen Sie sich das an. Musik 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 Das ist eine Technik, die die Menschen verbindet, aber die die Menschen auch in Gang setzen. Die Menschen machen etwas, um für andere Menschen etwas zu sein. Wenn ich meine Belegschaft anschaue, unsere aktiven Mitglieder und unsere Beschäftigte, wenn ich unsere Bevölkerung entlang der Strecke anschaue, die Verbundenheit zur Eisenbahn, diese Zuneigung, die wir erfahren dürfen, das kann man überhaupt nicht mehr in Worte austricken. Die Zuneigung der Strecke wird in Kürze erreicht, in Kürze erreichen wir unseren letzten Halt in Schellklingen. Und so zum Vollende dort. Wir bitten Sie, hier alle auszusteigen, da der Zug dann noch arrangiert wird und vor den Dampf zugesetzt wird. Wir bitten Sie, hier alle auszusteigen. Vielen Dank. Die königlich-württembergischen Staatseisenbahnen begannen 1891 mit dem Bau der Strecke. Von Reutlingen über Pfullingen und Honau ging es die Alp hinauf nach Lichtenstein und Kleinengstingen. Diesen Teil gibt es nicht mehr. Die SAB fährt heute von Kleinengstingen über Gomadingen und Marbach nach Münsingen und von dort über Sondernach und Schmiechen nach Schellklingen. Paula unter Dampf. Und Dampf braucht es viel. Denn die Dienstmasse der 97501 beträgt sagenhafte 74,9 Tonnen. Wir sind schon eine Weile dran. Es ist natürlich klar, das geht nicht in eine halbe Stunde, dass wir hier auf Dampf sind. Da muss man rechtzeitig anfangen. Dampfzug fahren heißt immer früh aufstehen und vorbereiten. Das ist natürlich auch mit der Grund, warum die Dampflokomotiven irgendwann mal abgelöst worden sind. Weil dann einfach der Aufwand viel höher ist. Bei der Diesel-Lok muss man zwar auch vorwärmen, aber das geht mit der Vorwärmanlage. Bei der Elektro-Lok geht es noch einfacher. Aber wie gesagt, hier muss man einfach Vorarbeit leisten, bis man fahren kann. Dampf. 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 schon etwas ganz ganz besonderes dieser zahnradantrieb hier hat es natürlich insgesamt nur vier maschinen von dieser gattung die 97 501 bis 504 die 504 steht in berlin im museum die 502 in bochum dalhause und die 503 wurde ausgeschlachtet schon nach dem krieg relativ zeitnah nach dem krieg das ist jetzt die einzigste funktionsfähige der baureihe 97 5 und natürlich auch mittlerweile mit moderner zugsicherungstechnik also das war noch einmal ein richtiger kraftakt da haben wir auch noch einmal richtig lange mühser richtig zupacken das ist die spezialität der reutlinger eisenbahnfreunde quasi als schrotthaufen kaufte 1985 der verein zahnradbahn honau lichtenstein die 1962 ausgemusterte paula was folgte 26 jahre restaurierung doch die arbeit an paula hört nie auf wenn man so gerät im publikum präsentierten dass es ja nahe dastehen wie ein mord dreck bringen deswegen machen wir auch immer wieder einmal zwischen ein bisschen sauber und halte das ding eben in schuss weil wenn alles zu ist mit dreck dann sieht man irgendwo wenn er mal was verschliessen ist oder draus geht wenn da so richtige fett traube dran hängt oder dreck traube dann seht ihr dass da irgendetwas kaputt ist deswegen gehört das sauber halten genauso auch dazu die 58 3 11 die badische schlepptender lock der dampf nostalgie karlsruhe auch sie dabei beim jubiläum der schwäbischen alpbahn genauso wie die württembergische t3 die spätere 930 die sogenannte kleine schwarze gehört den schwäbischen alpbahnern bernd matthias weckler kümmert sich am liebsten um seine eisenbahnfreunde und in münsingen können sie eisenbahn und das auf einer strecke die um die jahrtausendwende eigentlich dichtgemacht werden sollte doch die alpbahn lebt und kann jubiläum feiern man kann teilen von freud man freut sich dass leid so ordäul niemand an dem was man macht so viele leid so ordäul niemand ja wie man sollte ja einen zug fahren lau eine frau heppeler war da aus münsingen und hat von ihrem urgroßvater aus seiner chronik aus seinem tagebuch etwas raus übersetzt 1893 kam ich in die schule und dann hinter die schulkinder auf den bauhof dürfen und haben auf den ersten zug gewartet und er schreibt wie sie gewartet haben auf den ersten zug mit kommen tränen und das darf ich kriegen von ihrer und sie bringt es ein beispiel paula auf ihrem langen weg in die heimat immer wieder muss umgekoppelt immer wieder rangiert werden klar man ist natürlich immer ein bisschen freudig aufgeregt dass man hier jetzt wieder auf tour geht unser schmuckstück der öffentlichkeit präsentieren können weil ganz einfach wir haben uns jetzt da wirklich über bald drei jahrzehnte an der lock verlustiert und sind dann hofft auch belächelt worden und egal wo paula auf der strecke zwischen reutlingen und münsingen hält ihre fans sind schon da man sieht hier das kesselschild das ist originale kesselschild aus dem baujahr 1922 und das ist natürlich klar in dieser alten technik kann natürlich irgendwann einmal auch was sein ich denke sicherlich die geislinger steige wird sicherlich die größte herausforderung sein ein enormes war noch nie auf der bergischen hz auf der geislinger steige der angst abschnitt die geislinger steige hoch auf die alp noch nie ist paula da hochgefahren die 1850 eröffnete eisenbahnrampe überwindet auf 5,6 kilometern 112 höhenmeter am anfang geht es schleppend doch dann schnurrt die fast 100 jährige dampflok wie geschmiert nach oben es klappt paula versagt nicht ok zugegeben hinten helfen noch zwei triebwagen trotzdem eisenbahner und zuggäste glücklich auf 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 Die Schienentrasse wurde in drei Teilstücken zwischen 1891 bis 1901 erbaut. Auf den 58 Kilometern zählte die Hohnauer Steige mit dem Zahnradabschnitt und einer Steigung von 10 Prozent zu den steilsten Eisenbahnstrecken Deutschlands. Auf die Dampflok folgten Zahnradschienenbusse. In den 1960ern begann der Niedergang und am 28. Juli 1969 hieß es Feierabend. Freie Fahrt zum Abschiednehmen von 47 Kilometern schwäbischer Eisenbahn zwischen Honau und Schädlingen. Die Strecke ist unrentabel geworden. Jahrelang wartete das Zügle vergebens auf Reisevolk. Die Kassen blieben leer. Zur letzten Fahrt freilich fand man sich in alter Treue wieder. Zugleich auch Abschied von der letzten vier Kilometer langen Zahnradstrecke der Bundesbahn. 76 Jahre lang quälte sich der Zug Zahn um Zahn über die zehnprozentige Steigung zwischen Honau und Lichtenstein. Die Instandhaltung der Strecke verschlang immense Summen. Ein weiterer Grund für die Stilllegung. Denn nach Wolkenbrüchen versperrten nicht selten herabgefallene Felsenbrocken die Schienen. Den Berg schaffte die Bahn auf ihrer letzten Fahrt im 15 Kilometer Tempo. Früher, so wird erzählt, konnte man während der Fahrt Blumen pflücken. Oft blieb der Zug auch einfach stecken. Einen Zahnradbruch gab es allerdings nur einmal. 1921. Während der württembergische König die Strecke lieber zu Pferde nahm, bevorzugte das belgische Königspaar 1910 einen Ritt auf dem Schienenross. Damals konnte der Bahnhof kaum größer gewesen sein als am vergangenen Sonntag. Abschiedsstimmung in Lichtenstein für das Bähnle. Die Großengstinger Trachtenkapelle blies ihm den letzten Marsch. An die dampfschnaubende Jugend des Bähnle erinnerte sich ein 87-jähriger Lichtensteinern. Die Pferde der Gegend, das waren natürlich bisher lauter Kleinbauern, waren an den Zug nicht gewöhnt noch, an das Getösern, Gebrausern. Und wurden wild, wenn sie den Zug unterwegs begegnet hatten. Und da mussten wir Buben, wenn wir runtergerissen sind, ja darauf sehen, dass wir am mittleren Ranken, so heißt man in Honau die dritte, die mittlere Kehre, damit wir dort vorbei sind, weil es da ganz nah an der, die Straße an der Bahn liegt. Und wenn da zur gleichen Zeit der Zug, wenn es uns also nicht gehört, nicht gelungen ist, vorher herbeizukommen, sind die Pferde wild geworden. Das Aus der Zahnradstrecke an der Honauer Steige war der erste Schritt zum geplanten Ende der Alpbahn. Die Bundeswehr hielt die Strecke zwischen Engstingen und Schelklingen zwar mit ihren Panzertransporten noch am Laufen, doch auch bei der Armee folgte Umstrukturierung auf Umstrukturierung. Erst wurde 1993 die Kaserne in Engstingen geschlossen, dann 2004 die in Münsingen und schließlich 2005 der Münsinger Truppenübungsplatz. Das Ende der schwäbischen Alpbahn war eigentlich besiegelt. Paula macht Zwangspause auf ihrem Weg nach Münsingen. Immer wieder muss der Museumszug andere vor- und vorbeilassen. Wir haben die ganze Zeit geredet, ob man auf der Lokomotive auch ein Lkw essen darf, aber es geht. Doch Paula braucht etwas anderes als einen Lkw, einen Leberkäswecken. Dann machen wir Feuer rein und dann geht es nicht weiter. Das muss man im Schach halten. Wir haben ja hier keinerlei technische Möglichkeiten, das zu regulieren oder sonst irgendwie. Das muss man alles händisch machen. Die Kohle, die drin ist, die ist drin, die brennt. Und dann ist man auch heiß und will eigentlich fahren und dann geht es nicht. Da müssen wir ein bisschen einfach gucken, dass man jetzt viel und jetzt wenig hat. Und Paula hat auch Durst. Viel Durst. Denn schließlich ist sie eine Dampflok und ihr Wasserkessel fast sieben Kubikmeter. Viermal muss die Zandra Dampflok auf ihrem Weg hoch auf die Alp Wasser fassen. Das Wasser brauchen wir noch viel mehr als Kohle. Die größte Herausforderung ist eigentlich immer das Wasser. Weil wir haben jetzt einen separaten Wasserwagen dabei. Wir bekommen normalerweise auf der Strecke kein Wasser mehr. Es gibt keine Wasserkrane mehr. Die ganze Infrastruktur ist abgebaut. Und das ist eigentlich immer die größte Herausforderung, an die Rohstoffe zu kommen, die die Lok braucht. Dann rollt Paula ein in Scheltlingen. Rollt auf die Schienen, für die die 97501 mal gebaut wurde. Das ist grandios. Wir haben vorher schon gewitzelt. Eigentlich müssten wir jetzt vorlaufen und direkt über die Strecke noch ein Band spannen. Natürlich in württembergischen Farben und das dann direkt mit der Lok durchfahren. Es ist einfach nur toll. Und zum Sonnenuntergang ist Paula fast zu Hause angekommen. Jetzt nur noch durchs Schmichental nach Münsingen. Dass es die Schienentrasse über die Münsinger Alb überhaupt noch gibt, ist enthusiastischen Eisenbahnfreunden zu verdanken. Die wollten nicht mit ansehen, wie nach dem Abzug der Bundeswehr die Strecke komplett dicht gemacht werden sollte. Also gründeten sie vor 15 Jahren den Verein Schwäbische Alpbahn, aus dem fünf Jahre später die Betriebsgesellschaft gleichen Namens hervorging. Das ganze Projekt ein Erfolgsschlager. Diese Zuneigung, die wird garantieren, dass man leben darfet. Dass man uns macht und nutzt und braucht. Was könnte man schöner sein als Eisenbahner? Aber schöner kann man sich das vorstellen. Wie, dass das, was man tut, geschätzt wird und angenommen wird, dann ist man doch am rechten Platz vielleicht. Die Eisenbahn war gedacht, um die Menschen zu verbinden. Und genau so begreifen wir sie wieder. Und die Eisenbahn war am Leben, ging zu Tode und kam wieder zum Leben, weil es Menschen gegeben hat, die sie nicht gehen ließen. Und es sind Menschen wieder, die begeistert sind, diese Bahn mit Leben zu erfüllen und hier zu arbeiten, sei es ehrenamtlich samstags an die historischen Fahrzeuge oder auch vollamtlich 100er Woche an die zeitgemäße Fahrzeuge. Und die Beweggründe dieser Menschen, die haben sich über diese Jahrzehnte, über diese 125 Jahre nicht sehr verändert. Die kleine Schwarze. Die 930er wird gerichtet, damit sie einen eigens zum Jubiläum restaurierten 4. Klasse Wagen ziehen kann. Die Bar im Wagen kam freilich hinzu. Das Spezielle ist eigentlich, es ist einer der ganz wenigen Wagen, der sich wieder im Originalzustand befindet, wie er damals für die königlich-württembergische Staatseisenbahn abgeliefert wurde. Viele Wagen sind nach dem Krieg modernisiert worden, 50er, 60er Jahre oder einfach verschrottet. Wir haben auch so einen modernisierten Wagen bekommen, haben den übernommen und haben uns aber entschlossen, ihn wieder in den Originalzustand zurückzuversetzen. Und das sehen Sie eben jetzt hier in diesem Wagen. Das sieht man ganz klar an der Holzbeplankung, die Vertäfelung, die Ausstattung mit Messing und Messingschrauben. Das gibt es schon lange nicht mehr und das haben wir eben in den letzten 10 Jahren so in den Zustand zurückversetzt. Die Züge Die Züge schlängeln sich auf knapp 43 Kilometern über die Schwäbische Alb, vorbei an so manchen Sehenswürdigkeiten. Das Haupt- und Landgestüt Marbach. Seit über 500 Jahren werden hier edle Pferde gezüchtet. Die Hengstparade lockt jedes Jahr im Herbst tausende Besucher an. Wo einst Soldaten wohnten, im alten Lager Münsingen, lässt sich heute viel über das UNESCO-Biosphärengebiet Schwäbische Alb erfahren. Und Künstler erwecken die alten Militärbaracken zu neuem Leben. Schloss Lichtenstein direkt am Albtrauf, der Abris-Kante der Schwäbischen Alb. Dass es außen und innen aussieht wie ein Märchenschloss, kein Wunder. Denn Ideengeber für den Bauherrn Wilhelm Graf von Württemberg war kein geringerer als der Märchendichter Wilhelm Hauf. Schloss Lichtenstein. Früher wunderbar aus dem Zug anzuschauen. Heute fehlt leider genau dieser Abschnitt der Schwäbischen Albbahnstrecke. Der Honau-Haltepunkt. Ein Bahnhof ohne Schienen. Paula im Endspurt auf ihrem Weg von Reutlingen nach Münsingen. Dank großzügiger Zeitpuffer super in der Zeit. So, liebe Fahrgäste, einmal noch Ihre Aufmerksamkeit bitte. Nächster planmäßiger Halt ist Münsingen. Wir haben heute ein Eisenbahn-Abenteuer erlebt. Aus einer kleinen Verspätung wurde eine relativ große Verspätung. Und wir haben was geschafft, was keiner von den ICEs uns heute so schnell nachmacht. Wir haben diese Verspätung über eine Stunde nämlich reingeholt. Wir sind in Schelklingen sogar mit 30 Minuten Vorplan angekommen. Paula und ihr Zug endlich in Münsingen. Nach sechs Stunden Vorheizen und über acht Stunden Fahrt. Jetzt sind wir noch ein Haarblatt alle. Klar, das ist also ein Riesenritt mit einer Lok, die eben bloß maximal 50 fährt. Und dann habe ich diese Riesenstrecke, diesen Riesenumweg, weil eben die Steilstrecke fehlt. Das ist ja auch ein erklärtes Vereinsziel, dass man mal die Steilstrecke wieder aufbaut. Ob sich das irgendwann mal realisieren lässt, ist die Frage. Und so dampft Paula, die 97501, mit ihren rüstigen Kolleginnen über die Schienen der Schwäbischen Alb, von Kleinengstingen über Münsingen bis hin nach Schelklingen zum 125-jährigen Jubiläum. Ich wünsche mir, dass die Eisenbahn, nachdem sie in die Herzen zurückkehrt ist, der Bevölkerung, nun auch noch mehr ins tägliche Bedürfnis zurückkehrt. Dass sie die Rolle spielt im öffentlichen Personennahverkehr, die ihr ursprünglich zugedacht war, die sie lange, lange Jahrzehnte spielen konnte und die ihr aber nach wie vor vorbehalten ist. Und dazu wollen wir sie wieder stark machen. Und Paula, Baujahr 1922, soll mithelfen, die Strecke attraktiv zu machen, um so den schienengebundenen Transport quer über die Schwäbische Alb mindestens für die nächsten 125 Jahre zu sichern. Und da, Baujahr 1922, soll mithelfen, die Strecke attraktiv zu machen.